so meine freunde ich bin es wieder willkommen zum neuen tutorial es wurde sich in den kommentaren gewünscht dass sich überall youtube ein tutorial macht wie man das ganze so benutzt und ja als erstes wenn ihr eure webbrose offen habt gibt ihr hier einfach youtube ein klick darauf dann seid ihr schon auf der youtube seite jetzt mal bei meinem scheiß pc lagen jetzt wenn ihr hier seht das ist ein sehr tolles video kann ich euch weiterempfehlen wenn ihr jetzt hier seht das video möchte ich das leiten dafür muss ich mich anmelden wie meldet man sich an klicken hier auf anmelden wird euch schon ganz easy vorgeschlagen und habt ihr hier einfach eins eurer guten konten zack gibt ihr das passwort einfach ein so weiter und schon seid ihr angemeldet so einfach geht das das könnt ihr zum beispiel auf den besten kanal suchen ja das war dann auch schon wieder ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten mal schreibt mir im kommentar was jetzt jetzt sehen wollt was jetzt sehen wollt